Was hat denn der Typ gemacht? Es sollte Sprinten sein. Er geht hier hin. Er läuft an. Na gut. Geil. Okay, gut. Diese Steuerung wird ja immer komplexer. Und da ist ein Typ. Wunderbar. Gut. Gut. was kaufen was super das ist ein händler einfach okay näher dann kaufen wir halt die hügelchen sind gegen mittel pude heilt die status anomalie zu erhöht vorübergehende gifte hier stand auf mal eins und sollten wir uns einen geldbeutel kauf scheiße das war ein fehler so aber jetzt etwas kaufen robustes feuerwerk kaufen das ist gut das ist gut was haben wir das die kriegen wollen wir nicht ja ich setz das schon nicht ein ich würde es halt gern ach so vielleicht sollten wir sollten dann halt erst mal ein kübelchen nehmen dazu gibt es da nicht ist die nächste stadt würde nämlich lieben gern